Das ist Juliette van der Beek, die Tochter des Blumengroßhändlers. 30 Jahre, 167, Größe 36, Uniabschluss, gespanntes Verhältnis zum Vater. Sie ist sportlich, aber fürs reine Gewissen heißt sie Ungerechtigkeit. Sie haben nicht übertrieben. Du bist echt gut. Er hier, das ist ihr Freund. Du hast zehn Tage, um die Beziehung zu beenden. Zu wenig. Ich brauch mehr Zeit. Unmöglich. Darf ich erfahren, warum? Weil sie in zehn Tagen heiraten.